Informatiker sind gefragter denn je. Es mangelt an vielen Orten an gut ausgebildeten Fachkräften. Die Klubschule bietet im technischen Bereich verschiedenste Aus- und Weiterbildungen an. Werfen wir einen Blick in die zwei Lehrgänge, PC-Techniker und Netzwerksupporter. Die Ausbildung zum PC-Techniker ermöglicht einem den Einstieg in die technische Berufswelt. Ein ausbildeter PC-Techniker ist dafür zuständig, dass die Arbeitsplätze im Betrieb reibungslos funktionieren. Er leistet Support, erweitert die Hardware mit neuen Komponenten und bringt kleinere Netzwerke zum Laufen. Der PC-Techniker zielt wie alle unsere technischen Lehrgänge darauf hin, dass wir die Theorie und die Praxis so gut wie möglich mischen können. Wir bieten den Teilnehmern in einer kleinen Gruppe von zwei bis drei Leuten, einen PC selber zusammenzubauen. Die ganze Klasse hat dann auch die Möglichkeit, am Schluss die zusammengebauten PCs in ein kleines Netzwerk zusammenzufassen, wo selbstverständlich alle Komponenten, die man heute braucht, für ein Netzwerk angeschlossen werden. Mitbringen sieht man sehr gute Windows-Anwendungskentnisse. Die Klubschule bietet ihren Teilnehmern eine perfekte Lernumgebung mit sehr guter Infrastruktur und top ausbildeten Referenten. Wir haben keine vollamtlichen Kursleiter im Einsatz. Damit ist sichergestellt, dass sie auch von der Praxis her ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen. Das ist nach dem Motto von der Praxis für die Praxis. Unsere Kursleiter bilden sich auch laufend weiter, entweder über uns gesteuert oder von sich selber, damit auch sie dort sichergestellt ist, dass sie immer die neuesten Technologien unseren Teilnehmern weitergeben können. Aufbauend auf den PC-Technikern wird der Lehrgang Netzwerksupporter angeboten, wo man schlussendlich in der Lage ist, ein professionelles Netzwerk aufzubauen und zu betreiben. Beide Lehrgänge werden in der Klubschule schon seit vielen Jahren erfolgreich durchgeführt. Teilnehmer sind begeistert. Ja, ich bin wirklich begeistert. Der Unterricht gefällt mir sehr gut, der Zusammenhalt ist super. Menschlich, kollegial, locker. Der Dozent ist super, ist sicher gut qualifiziert, hat viel Ahnung. Und das ist das erste Mal, als ich da bin, in meiner Klubschule, und bin sehr begeistert. Und wenn es irgendwie geht, werde ich in Zukunft das wieder hier machen. Nebst dem internen Diplom der Klubschule, den man bei beiden Lehrgängen nach bestandener Prüfung überkommt, hat man anschliessend die Möglichkeit, ein weiteres, wichtiges Zertifikat zu erlangen. Nebenbei bieten wir zu jedem Lehrgang auch noch ein national oder international anerkanntes Zertifikat an, das der Teilnehmer zusätzlich noch absolvieren kann. Und mit diesen zwei Sachen hat er ganz bestimmt ein gutes Gutes in der Hand, wenn er sich beruflich verändern will. Um herauszufinden, welcher Lehrgang geeignet ist, bietet die Klubschule den Ein-O-Einstaufungstest an, den man kostenlos von zu Hause aus durchführen kann. Zudem kann man sich auch wieder Zeit zum persönlichen Beratungsgespräch anmelden.